hallo community domination tipps wir sind zurück mit einem neuen video das video hat coolen inhalt also eine traurige und eine sehr positive eine negative und eine positive seite sagen wir es mal so einen negativen einen positiven aspekt der negative aspekt der ist gleich in zweifacher hinsicht negativ den seht ihr genau hier ja ihr seht den angriff von mir mit zwei sternen und ihr seht auf youtube kein video davon das bedeutet der angriff ist abgeschmiert und ich kann die datei nicht hochladen ich lade sonst alle meine angriffe hoch egal ob die gut oder schlecht sind aber den kann ich schlichtweg nicht hochladen weil ich keine datei habe und zwar ist mir das komplette handy während des angriffs abgeschmiert der schnelle sieg war drin und danach war auf einmal das programm weg alle truppen tot keine taktiken mehr ich habe relativ doof in durch aus der wäsche geschaut aber gut in diesem weltkrieg können wir das noch verkraften in einem anderen weltkrieg wäre das nicht so schön wenn der gegner stärker wäre der gegner greift hier an wie hotten totten das passt schon da müssen wir denke ich mal keine gedanken machen den zweiten angriff werde ich auf jeden fall filmen ja kommen wir zum positiven teil des videos und den seht ihr unter anderem hier unten ich kann es nicht ganz drauf tippen hier im kampf hier seht ihr schon victory chest und das ist nur ein teil des neuen updates und zwar ist das update 4.6 glaube ich rausgekommen unter anderem seht ihr es auch hier in der bücherei jedes kapitel oder jedes buch jede forschung hatten fünftes kapitel spendiert bekommen einige verdrehen das schon wieder die augen und ich höre bei mir in der allianz schon wieder so viel zu tun aber ich weiß nicht was die leute immer haben irgendwie habe ich das gefühl manche leute spielen dominations damit sie alles fertig haben alles aufgelevelt alles gemakst und dann sagen können so jetzt spiele ich nie wieder aber das ist doch nicht mein meine mein ziel mein ziel ist doch dominations zu spielen und damit spaß zu haben und ich habe spaß wenn ich dabei bin und wenn ich da gerade da dran bin irgendetwas zu tun und ich habe immer spaß bevor es zu ende also ich versuche immer spaß zu haben und nicht erst dann wenn es vorbei ist egal hat jeder eine eigene einstellung auf jeden fall sind ja ziemlich spektakuläre sachen drunter wir können uns auf jeden fall mal die bücherei gleich angucken was mir noch aufgefallen ist total viele überschriften oder beschreibungen sind auf einmal auf englisch manche nicht wie zum beispiel hier chivalry heißt ja ritterlichkeit kapitel fünf also englisch deutsch schon mal plus zehn prozent versorgungslastwagen healing sehr cool also dominations beginnt jetzt auch mit so einem komischen denglisch ich muss mal carb cyclen und refreshen total komisch egal so lange wir verstehen was da steht ist ja alles super alle leute die englischen hier auch nationalismus plus zehn prozent angriff von schwere panzerverteidigern das auf einmal komplett in deutsch egal soll uns wurscht sein solange es funktioniert kann das auch von mir aus in aserbaidschanisch da stehen dann verstehe ich es zwar nicht aber es wirkt ja scheinbar wir schauen ganz kurz mal hier drüber was wir hier bekommen das ist ja nur ein von mehreren updates gibt unter anderem neuen general wir gehen aber gleich noch auf die dominations homepage und lesen alles gemeinsam zusammen durch pottery plus two fruit tree limit also bekommst noch zwei bäume dazu gibt ein bisschen mehr apfelwein keine ahnung warum sie noch mehr bäume machen und nicht mehr goldminen wir haben zwei goldminen und sechs bäume was kriegen wir natürlich dazu noch mehr bäume dann haben wir acht bäume und sechs goldminen keine ahnung da hat wahrscheinlich dasselbe brain dahinter gesessen das auch entwickelt hat dass die truppen auf märkte angreifen und auf mühlen bevor sie verteidigungsgebäude ausschalten soll uns wurscht sein ist also wir nehmen alles plus ten percent road income aber hier wollte ich schon sagen hier also die roh die straße gibt noch mal zehn prozent mehr einkommen ist natürlich nice für alle die eine gute straßennetz haben plus zehn prozent verteidiger schaden bedeutet noch mal die verteidigung wird auf jeden fall stärker three companies plus zehn prozent söldner gesundheit ist auch nicht schlecht vor allem wenn man tanks also verteidigende truppen mitnehmen also jetzt schwere truppen die die viel schaden denken können dann exploration plus one gold mein limit hier ist es also kommt noch eine goldmine dabei dazu warum man nur eine bekommt keine ahnung ist aber einfach so man bekommt nur eine hauptsache etwas watchtowers plus zehn prozent turm angriff auch nicht schlecht machinery catapult attack 10 prozent faster also katapulte schießen zehn prozent schneller ich weiß jetzt nicht ich denke mal das wird dann auch mehr schaden bedeuten aber normalerweise wird der katapult schaden ja immer nur angegeben angriff oder schaden pro sekunde da das katapult aber nur alle drei drei sekunden schießt errechnet sich der schaden normalerweise indem man sagt grundschaden also dps schaden pro sekunde mal drei weil sie halt nur alle drei sekunden schießen aber gut müssen halt mal gucken ob sich das obendrauf rechnet oder wie sich das verrechnet cast iron plus 20 prozent physio attack against defender infantry das natürlich komisch plus 20 prozent physio physio ist natürlich nahkämpfer also das ist immer zeitalter abhängig sprich bei euch werden das andere vielleicht sein plus 20 prozent nahkämpfer angriff gegen feindliche infanterie das bedeutet ja gegen kavallerie und so dürften die und gegen gebäude dürfen die keinen schaden bonus bekommen das ist natürlich schade komisch crop rotation plus 5 person farm harvest also der das farmeinkommen wird um fünf prozent gesteigert bei commerce dasselbe fünf prozent erhöhung des gold limits oder nicht gold limit des gold einkommens aus den karawanen ramparts plus fünf welle oder mauern die wir dazu bekommen auch sehr nice chivalry plus zehn prozent versorgungslastwagen heilung sehr geil seal unlocks the blessing that traps traps triggered in battle also dass das segen kapitel bewirkt dass ihr einen neuen einen neuen segen freischaltet der ich habe schon nachgeschaut in der bibliothek äh nee in der im tempel der segen bewirkt also der hält drei angriffe lang und der ohne dass ihr es bezahlen müsst ähm wieder bewaffnet der eure fallen automatisch sprich wenn fallen von euch ausgelöst wurden müsst ihr dafür nicht zahlen auch nicht draufklicken die werden dreimal also über drei kämpfe drei angriffe lang automatisch wieder aufgeladen gegen nachteil davon ist bei mir ich weiß denkt mal bei euch wird es genauso teuer sein das ding kostet acht leder und acht fell ist natürlich heftig so fortification meines 50 percent garrison war first wave first meines 50 percent garrison first wave spawn time bedeutet die erste spawnwelle die aus den aus den garnitionen rauskommt ist 50 prozent schneller das sind dann quasi so wie bei der akropolis ne beim kolosseum kommen die unheimlich schnell raus die ersten verteidiger das ist mies battle tactics plus 20 percent hit points to decoys also eure köder taktik also die leute die köder taktik bekommt mehr lebenspunkte also hält länger durch stirbt nicht so schnell die köder quasi ballistics plus 20 äh atelier attacks 10 percent faster also sprich alle eure geschütze wie kanonen ballisten bombarden artillerie haubitzen schießen 20 prozent oder zehn prozent schneller das ist sehr nice haunts increase the maximum number of animals by one also es können ein mehr ein tier mehr bei euch um die basis drum herum streunern wenn er die nicht erjagt partisans minus 50 percent stable first wave spawn time das ist natürlich das gegenteil das äquivalent hierzu die garnitions verteidiger und hier auch die stall verteidiger spawnen 50 prozent schneller plus one call drops limit also bekommen noch einmal stacheldraht kränfüße oder was auch immer auf welchem stadium sich das bei euch befindet auf jeden fall verlangsamende und den fein schwächende fallen dazu banner sehr 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 übels nice werde ich vielleicht als erstes erforschen plus 15 sekunden um den schnellen sieg zu erringen bedeutet ihr habt nicht nur eine minute sondern 75 sekunden für den schnellen sieg zeit ist ein bisschen umdenken gefordert dann ist es nicht mehr so leicht zu sehen wie viel zeit habe ich noch aber es ist insgesamt sehr nice banking plus two trade good storage bedeutet ihr könnt noch mal zwei mehr handelsgüter lagern auch sehr cool zitadelle ballista towers also ballista türme kanonentürme antipanzertürme schießen zehn prozent schneller standing army auch sehr nice fünf truppen kapazität noch mal oben drauf leadership also führerschaft plus 15 prozent generalangriff gegen andere generäle also so ein one versus one ding bohren gibt es dazu plus ten percent oil well production also eure öltürme produzieren noch mal schneller savings plus plus 2000 also die schatzkammer noch mal kann noch mal 2000 öl mehr einlagern das müssten dann acht sein nationalismus die bunker haben zehn prozent mehr leben ist jetzt so nehmt mal mit ist jetzt nicht unbedingt so wichtig denke ich heavy weaponry plus 10 person gettling gun health also eure gettling gun fuzzis die rumlaufen haben zehn prozent mehr leben internationalismus plus 10 league food and gold battle rewards oder ist natürlich krass hier oben kapitel eins zehn prozent nahrungs und gold liga kampf belohnung noch mal zehn prozent obendrauf also für die leute die mit liegen spielen ist das noch mal rentabler verhandlungen plus one hour to major peace treaty length from battles also noch mal eine stunde für für große friedensverträge die aus kämpfen entstehen wenn ihr angegriffen wurde obendrauf air defense plus ten percent air defense attack auch sehr stark auch hier sehr sehr stark aviation plus zehn prozent aircraft health also eure flugzeuge kriegen noch mehr leben auch ganz stark forschung erbe reduces wonder swap cost by 33 percent okay das heißt ihr könnt wunder ein drittel kostengünstiger tauschen ist nicht so attraktiv wenn man mit seinem wunder zufrieden ist widerstand mercenary oder widerstand ja es heißt widerstand mercenary camp produces a flammen panzer when destroyed krass alle gebäude wenn die kaputt gehen da kommen richtig starke einheiten raus und aus dem aus dem aus dem söldnerlager kommt da sogar ein flammen panzer fett kapitel fünf reduces general oil training cost by turn percent training cost das sind ausbildungskosten bedeutet wenn ihr ein general wenn ihr ein general aktiviert ne der erste general ist ja immer gratis wenn ihr einen zweiten oder dritten general aktiviert kostet das euch weniger öl kriegsführung plus zehn prozent bazooka attacke sehr sehr nice schauen wir noch kurz rein was ich noch gesehen habe hier globales zeitalter es gibt einen neuen fallentypus das sind die raketenwerfer systeme reichweite 6 also gar kein mal gar nicht mal schlechter schaden verursacht bei flugzeugen hohen schaden ignoriert bodentruppen aha also ist definitiv eine falle die nur auf flugzeuge also auf flugeinheiten geht niemand irgendwo platzieren kann sehr nice also hört sich schon mal echt gut an ich wollte eigentlich ein multiplayer eingriff mit euch machen aber ich glaube die folge wird schon zu lang wir nehmen jetzt schon zehn minuten auf wir haben noch nicht auf der domination seite waren wir da gehen wir jetzt hin also gehe ich erst mal auf die domination seite 4.6 victory patch notes also der der das update heißt sieg 4.6 victory update also ich versuche es direkt wenn das nicht selbst lese zu übersetzen also wundert euch bitte nicht über mein über mein kauder welch englisch jetzt ich versuche es halt direkt dabei zu übersetzen das 4.6 sieg update von dominations ist jetzt verfügbar das update wird momentan vorbereitet und aktiviert released und sollte verfügbar sein in allen regionen sollte bald in allen regionen verfügbar sein victory chest also die siegesbeutentruhe die es im multiplayer gibt battle daily earn stars also kämpfe täglich gewinne verdienest sterne und kriege eine riesige kiste voller belohnungen die kiste bedeutet dass ihr wenn ihr in multiplayer geht und sterne erringt sobald ihr 15 sterne errungen habt bekommt ihr diese kiste und abhängig von eurer liga in der ihr euch momentan befindet bekommt ihr dann gold oder halt handelsgüter quasi genauso wie euer schiff das anlegt nur diese kiste könnt ihr halt bestimmen umso öfter ihr online seid und umso mehr sterne ihr im multiplayer macht im bestfall natürlich nach drei kämpfen dreimal fünf sterne 15 also ist die kiste voll das ist umso öfter ihr aktiv seid umso mehr kommt dann natürlich raus retrain improvements also umschulungs verbesserung truppen umschulen ah sehr cool okay wenn ihr im chat truppen wenn ihr im chat truppen gespendet habt wenn euch jemand angefragt hat und ihr habt ihr gespendet könnt ihr diese auch wieder umschulen früher musste man direkt auf die kaserne draufklicken und die per hand umschulen das ging nur wenn man die im weltkrieg gespendet hat auf der weltkriegskarte dann konnte man umschulen klicken das umschulen von truppen okay remain okay das umschulen von truppen wenn ihr das klickt wird das besser unter den unter den kasernen verteilt früher war immer das problem wenn ihr artillerie und fernkämpfer umschulen müsst sagen wir mal eine artillerie und neun fernkämpfer dann wäre es ja am besten in einer kaserne die artillerie zu machen in der anderen vier fernkämpfer in der anderen fünf fernkämpfer weil dann alles von der zeit her am besten gemanagt ist früher war es aber so der hat einfach nur gesehen okay eine artillerie und neun fernkämpfer sind zehn einheiten die zehn teile ich auf drei auf und dann hat man in einer vier minuten vier minuten und in der letzten hat man dann halt auch drei fernkämpfer und eine artillerie da hat man 18 minuten das wird jetzt wahrscheinlich am zeitlimit gesehen und da werden die einheiten so aufgeteilt dass jede von den kasernen gleich lang ausbildet und nicht gleich viele sehr sehr nice büchereitechnologien die raketenbatterie und ein neuer general winston churchill betritt eure burg als ein neuer general im globalen zeitalter boah ich muss niesen sorry nächster punkt erforscht ein fünftes kapitel von jeder eurer büchereitechnologien haben wir schon durchgeschaut verteidige deine basis gegen feindliche flugzeuge mit einer neuen falle der raketenbatterie so balance veränderungen also vom kampfsystem her decoy also köder verbesserung köder können jetzt überall auf der karte platziert werden okay nice der köder radius wurde reduziert auf 7 also die köder hat bei weitem nicht mehr so ein riesen radius der war mal auf 20 dafür kann man es jetzt überall platzieren okay das ist sehr nice also auch in der feindlichen basis französische und griechische einzigartige panzer also die kavallerie damage increased too much last update der französische und griechische einzigartige panzer schaden hat sich erhöht um dem letzt um dem zu begegnen was in dem letzten update beim panzer schaden erhöht wurde keine ahnung was es bedeuten soll heißt auf jeden fall von den französischen und griechischen einzigartigen spezifischen nationen truppen also von den panzer der kavallerie wurde der schaden erhöht bug fixes und improvements also verbesserung und die das das beheben von fehlern fixed unit training blessing stats on barracks not resetting properly unit training blessing okay also wenn ich den trainings blessing anhatte also den ausbildungssegen hatte ich oft das problem dass manchmal bei einem nahkämpfer anstatt anstatt 30 sekunden 45 sekunden drei stunden angezeigt wurde da scheint es wohl probleme gegeben zu haben das scheinen sie behoben zu haben fixed mercs and not being properly lost retrained when battle ends prematurely okay also scheint wohl so gewesen sein dass manchmal hier söldner nicht richtig also dass die sind ja wenn man sie einsetzt egal ob sie überleben oder nicht tot sind dann kann sie nicht mehr benutzen muss neu rekrutieren und hier scheint wohl zu sein dass die nicht wirklich als tot oder so gewertet worden war irgendein fehler mit den mit den mit den söldnern scheint behoben worden zu sein hier updating map editor to have pressed down state for activate button also es kann also irgendwie scheint sie bei dem karteneditor probleme gegeben zu haben wenn man auf aktivieren drückt dass es nicht sofort funktioniert und dass es irgendwie gehangen hat das haben sie gefixt dann hier partial fix for food stolen gold stolen quests not working fixed rounding error but still not counting mysterious extra amounts as british with loot blessing das ist jetzt kompliziert partielle also teilweise behebung für gestohlenes gestohlene nahrung und gestohlenes gold herausforderungen die nicht funktionieren sie haben ein fehler behoben aber es wird immer noch nicht mysteriöserweise gewertet wenn der extra britische nationen bonus also die 15 prozent loot bonus mit dem mit dem beute sägen verrechnet werden also es gab wohl irgendwelche probleme habe ich nie gemerkt ich habe den sägen nie angehabt wenn man den beute sägen anhat und als brite angreift da werden wohl die die beiden prozentsaal nicht richtig miteinander verrechnet scheint jetzt behoben worden zu sein nächster punkt fix for university close button occasionally not appearing on main screen also der 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 knopf um die um die universität zu beenden oder da raus zu gehen scheint nicht richtig aufgetaucht zu sein auf dem hauptbildschirm das haben sie jetzt gefixt command post warning appears every time players command post would overflow also hier scheint jetzt ein kommandoposten warnung aufzutauchen wenn ihr im weltkrieg zu viel beute erreicht habt und eure kommandoposten bereits so viel beute hat dass die jetzige beute nicht mehr aufgenommen werden kann muss ich aber sagen die die warnung kam bei mir jetzt auch und mein kommandoposten ist leer kann aber fast 2,5 millionen fassen also das ist kompletter bullshit scheint wieder neuer bug dazu gekommen zu sein dadurch dass man den alten beheben wollte klasse bravo dann hier fixed final three expansions not providing correct refunds also wenn man in der bücherei erforscht hat dass man für neue erforschung und neue waldrodungen also wenn man seinen wald rodet sein gebiet vergrößert bekommt man wenn man in der bücherei das erforscht hat bekommt man geld zurückerstattet und für die letzten drei waldstücke scheint es wohl nicht richtige richtige wiedererstattung vom geld zu geben haben sie scheinbar gefixt dann nächster punkt add lock sprite for requirements info bar keine ahnung was bedeuten soll lock ist auf jeden fall verschließen sprite weiß ich jetzt nicht add requirements und anforderungen der info bar der info leiste also irgendeine info leiste kann ich nichts mit anfahren tut mir leid nächster punkt edit decoy soldier amounts and total hit points to info and upgrade wins also bei der köder taktik ist die anzahl der soldaten und die gesamt hit points also die gesamt durchhaltefähigkeit hinzugefügt worden wenn man das auf info klickt nächster punkt full pockets and full stomachs quest should calculate lifetime stats currently äh das scheinen zwei zwei lifetime herausforderungen also so herausforderungen zu sein die über das gesamte spiel gehen und nicht nur zwei tage oder so und die haben wohl nicht richtig angezeigt wie viel gold und wie viel nahrung man gestohlen hat jetzt scheint es gefixt worden zu sein kann ich nicht viel zu sagen ich kann es nur vorlesen nächster punkt fixed polymath not showing up correctly in university ui also polymath also multi mathematikum oder so das scheint irgendein kapitel zu sein in der universität und das ist nicht richtig angezeigt worden scheint es jetzt wohl müssen wir mal schauen nächster punkt fixed crash associated with decoy levels also irgendwie scheint hier ein crash also ein dauernd weiß ich nicht ein problem gewesen zu sein mit der decoy taktik wenn man das irgendwie upgradet oder wenn das ein bestimmtes level erreicht scheint jetzt gefixt worden zu sein nächster punkt made mac arthur's gun american was ist das für ein punkt made wir haben mac arthur's also ist ja ein general im industriezahler seine waffe amerikanisch gemacht wahrscheinlich hat er jetzt ein maschinengewehr denke ich mal also scheint irgendwas mit knall und mit effekt gewesen zu sein denn äh wenn man eine waffe amerikanisch macht heißt es immer mit irgendwie mit besonderen special effects nächster punkt fixed a bug causing debris to spawn where it shouldn't debris sind eigentlich hindernisse und äh also es scheint ein bug gegeben zu haben wo hindernisse oder irgendwelche gegenstände falsch auf der karte angezeigt wurden capitalization fixes äh weiß ich nicht was damit gemeint ist capitalize wüsste ich jetzt nicht was sie damit meinen wenn es irgendwer von euch weiß wie immer rein damit in die kommentare unten nächster punkt show library bonuses if info win with production rate in info win with production rate also der fortschritt oder die 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 boni die man durch 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 die bücherei erhält ähm werden mit einer produktionsrate jetzt irgendwo angegeben also ich denke mal so ökonomische ökonomische kapitel in der in der bücherei ähm wenn man die erforscht kann man das wohl irgendwo nachschauen also wenn es zum beispiel die bäume oder so betrifft glaube ich die produktionsrate um die das gesteigert wurde kann man irgendwo nachschauen ist jetzt glaube ich ein bisschen uninteressanter nächster punkt fixed a crash associated with the war academy having null values äh weiß ich jetzt auch nicht was mit gemeint ist auf jeden fall null dürfte ja wie im tennis null bedeuten und die haben einen crash scheinbar repariert der damit assoziiert war dass in der kriegsakademie null werte angezeigt wurden ich hatte schon mal das problem dass ich zu viele taktiken hatte also dass ich drei fünf von oder sechs von fünf taktiken hatte vielleicht machen die das keine ahnung nächster punkt no longer allow zero von zero true requests in chat ah ok das ist natürlich sehr cool früher hatte man das problem dass wenn man ähm truppen angefragt hat im chat dass es oft abgekackt ist und dass dann anstatt deine vollen truppen da standen nur null von null truppen also auf jeden fall ist jetzt das truppenspenden einfacher und es werden nicht mehr so viel misfit da angezeigt nächster punkt fixed a single instance for university research where three under five was set to true single instance keine ahnung was bedeuten soll weiß ich nicht aber sie scheint irgendwas bei der universität gefixt zu haben also irgendwas mit weiß ich nicht keine ahnung vielleicht irgendein kapitel muss ich mal nachschauen nächster punkt fix crash with the university involving researching multiple skills at the time scheiße jetzt haben sie es rausgefunden es gab ein trick den habe ich auch da jetzt am ende benutzt man konnte in der bibliothek dazu wollte ich eigentlich jetzt noch ein video für euch machen aber man konnte in der bibliothek ich hatte zum beispiel jetzt am ende 30 bewohner das hört sich komisch an ich hatte 16 bewohner aber ich habe für 30 bewohner geforscht und zwar habe ich kurz bevor die bibliothek fertig war alle meine leute da reingesteckt habe dann das spiel geschlossen bin wieder reingegangen habe alle meine leute mit einmal rausbekommen währenddessen aber alle forschungen noch weiter gelaufen haben konnte die leute wieder irgendwo reinstecken und dann hatte ich nachher 30 leute am arbeiten quasi oder die arbeit von 30 leuten wurde von 16 getan scheint so als hätten sie das jetzt gefixt das ist natürlich kacke ok ist aber so nächster punkt fix citizens not resuming research if a research was completed naturally also wenn eine naturally also wenn irgendeine eine forschung von alleine fertig geworden ist ohne dass man vor fünf minuten vor ende beschleunigt hat dann scheint das wohl ein problem mit den stadtbewohnern gegeben zu haben das haben sie jetzt gefixt tau blessing no longer effect the town hall also der 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 turm der turmsägen der alle verteidigungsgebäude betrifft betrifft das stadtzentrum nicht mehr wahrscheinlich entweder das ist auf die japaner bezogen oder generell weiß ich jetzt nicht auf jeden fall betrifft der turmsägen die das die stadt das stadtzentrum nicht mehr melee defenders no longer shoot over walls ok also seit dem letzten patch konnten verteidiger über wände schießen und das haben sogar 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 nahkämpfer gemacht also zum beispiel generelle das können sie jetzt nicht mehr sehr gut nächster tutorial arrow no longer appears behind the single player text on campaign window also der der file der tutorial file kriegsakademie gebaut hat also ich glaube ab dem mittelalter kann man jetzt auch damit in einem direkt glaube ich die taktiken wieder mit umschulen dass die direkt alle fertig sind also alles fertig machen eine komplette armee die universität sollte in einem forschungsstatus oder stand sein wenn irgendeine fähigkeit immer noch erforscht wird wenn sie aufwacht kann ich mir nicht viel darunter vorstellen kann ich mir jetzt echt nicht viel darunter vorstellen sorry leute kann ich euch nicht mit helfen mit dem letzten punkt wenn es irgendeiner davon euch besser weiß helft mir hilft den anderen schreibt es in die kommentare ich hoffe ich konnte euch damit helfen video ist schon 25 minuten lang also es ist ein reines laber video falls ich irgendwas vergessen sollten vergessen haben sollte schreibt es mir auch unten rein ich hoffe ich konnte euch damit helfen daumen hoch support ist kein mord wir sehen uns bald wieder mit dem zweiten angriff domination tips bis zum nächsten Mal